Herzlich Willkommen bei der Osttransendment. Lange haben wir uns nicht gesehen, aber jetzt ist es endlich soweit. Und hier steht sie, die Husqvarna 701 Supermoto. Oh mein Gott! Seht's after the spa! Noooo! We can't see it's my nose. We can't see it's my nose! We can't see it! 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 So, dann gehen wir mal hin. Das Handling ist gewaltig, also die ist so wendig, wenn du das Gas hast, oh mein Gott, wenn du da beschleunigst, das ist gewaltig. Das ist so cool. Musik Richtig cool, richtig geil, jetzt machen wir einen Walkaround, wunderschön, das passt. Den hole ich mir. Ja Leute, das war's mit dem Video, das nächste Mal sehen wir uns wahrscheinlich mit einem Husqvarna auf der Straße. Auf Wiedersehen. Kadeümpel. Händel After Time. Kadeümpel. 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 Kadeümpel.